In der Fahrschule habt ihr gelernt, dass zu viel Alkohol im Straßenverkehr tabu ist. Doch welche Grenzen genau gelten und was passieren würde, falls ihr die doch überschreitet, das erklären wir jetzt in diesem Video. Mein Name ist Stefan Miller, ich bin ADAC-Club-Jurist und heute werde ich euch mal die wichtigsten Promille-Grenzwerte vorstellen. Ein Hinweis vorweg, bei einer Atemalkoholkontrolle durch die Polizei, da wird also häufig gesagt, man muss den Wert jetzt verdoppeln. Gemeint ist hiermit, dass wenn ich den Atemalkoholwert mal 2 nehme, dann komme ich in etwa auf den Blutalkoholwert. Bei der Messung ist aber letztlich nur entscheidend, dass ich den Atemalkoholwert oder den Blutalkoholwert überschritten habe, weil in den meisten Fällen steht eben im Gesetz Atemalkohol oder Blutalkohol drin. Für Fahranfänger in der Probezeit oder für alle unter 21 Jahre gilt ein absolutes Alkoholverbot. Was bedeutet das? Man darf nicht unter der Wirkung von Alkohol ein Kraftfahrzeug führen. Bloß, was ist denn unter der Wirkung von Alkohol? Man könnte ja zum Beispiel ein Hustenbonbon nehmen und dann hätte man schon eine Wirkung von Alkohol. Nein. Nach der Rechtsprechung ist es so, ab 1 mg pro Liter Atemalkoholvolumen oder 0,2 Promille. Und da haben wir das wieder, das was ich vorhin schon erklärt habe, dass es dann egal ist, ob es der Atemalkohol oder der Blutalkoholwert ist. Da geht man von dieser Wirkung von Alkohol aus. Rechtsfolge ist, ihr bekommt ein Bußgeld von 250 Euro und einem Punkt in Flensburg. Und außerdem ist das Ganze dann ein sogenanntes A-Delikt, also ein schwerwiegender Verstoß. Und daher verlängert sich die Probezeit und ihr müsst ein Aufbauseminar für Fahranfänger besuchen. Was nicht passiert ist, ihr bekommt kein Fahrverbot und ihr müsst auch nicht zur MPU gehen. Jeder, der ein Kraftfahrzeug mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille führt oder eben 0,25 mg pro Liter, da haben wir es wieder, entweder oder, der verstößt gegen 24a STVG und bekommt deswegen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Dazu kommen dann noch zwei Punkte und ein Regelfahrverbot. Wenn so etwas dann häufiger vorkommt, dann erhöht sich die Geldbuße und vor allen Dingen ist dann eine medizinisch-psychologische Untersuchung notwendig, wird also die Fahreignung dann geprüft. Bei Radfahrern gilt diese Grenze übrigens nicht, weil sie eben kein Kraftfahrzeug führen. Ja gut, also die 0,5 Promille-Grenze. Jetzt gibt es aber doch noch Leute, die sagen, ab 0,3 Promille, da macht man sich doch strafbar. Ja, das ist richtig, weil die 0,5, da sind wir noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Bei 0,3 Promille, wenn dann alkoholbedingte Ausfallerscheinungen hinzukommen, zum Beispiel Schlangenlinien fahren oder sowas, dann sind wir schon im Bereich des Strafrechts. Es ist also eine Straftat und ihr bekommt dann eine Geldstrafe und auch eine Entziehung der Fahrerlaubnis. So, und dann gibt es aber noch die 1,1 Promille-Grenze. Vorhin habe ich euch von den 0,3 Promille erzählt, da geht es um die relative Fahruntüchtigkeit, weil da ist die Strafbarkeit nur daran angeknüpft, dass eben dieser Fahrfehler noch hinzukommt. Bei 1,1, da sind wir dann im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, da wird dann eben unwiderleglich vermutet, dass keiner in der Lage ist, bei dieser Blutalkoholkonzentration oder mehr ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Ja, bei einer solchen Trunkenheitsfahrt, da bekommt ihr dann am Ende eine Geldstrafe von mindestens 30 Tagessätzen. So ein Tagessatz orientiert sich eben an dem, was ihr netto pro Tag zur Verfügung habt und die Fahrerlaubnis wird entzogen für 9 bis 15 Monate etwa. Das Ganze gilt für den Ersttäter. Das sind aber keine starren Sätze, sondern das ist Einzelfallrechtsprechung und es kommt halt immer auf die Gesamtumstände drauf an. Also wenn jetzt hier noch ein Unfall hinzukommt, dann wird es natürlich entsprechend länger und teurer, genauso wie wenn ihr zum Beispiel ein Wiederholungstäter wäret. Die 1,6 Promille Grenze ist einerseits wichtig für Trunkenheitsfahrten von Radfahrern. Da ist es eben so, dass das die Grenze ist für die absolute Fahruntüchtigkeit. Da wird eben unwiderlegbar vermutet, dass keiner bei 1,6 Promille oder mehr in der Lage ist, ein Fahrrad noch sicher zu führen. Und da kommt es eben nicht darauf an, ob da irgendwelche Ausfallerscheinungen oder sonst wie Schlangenlinien etc. festgestellt werden. Auf der anderen Seite spielt die Grenze von 1,6 Promille auch deswegen eine Rolle, weil damit eine Begutachtung, also eine MPU verbunden ist. Wer ein Kraftfahrzeug mit mehr als 1,6 Promille führt, bei dem gibt es eine Vermutung, dass da eine hohe Alkoholgewöhnung vorhanden ist und um fahrgeeignet zu bleiben, muss eben nachgewiesen werden, dass diese Alkoholproblematik, die dahinter steckt, gelöst wurde. Näheres zur MPU erfahrt ihr in diesem Video. Letztlich ist es wichtig eben, dass ihr euch rechtzeitig um eine verkehrspsychologische Beratung dann bemüht. Der Radfahrer von vorhin mit 1,6 Promille oder mehr, der verliert übrigens wegen dieser Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein nicht direkt, weil er führt ja kein Kraftfahrzeug. Aber er muss genauso zur MPU gehen und dort wird dann eben darüber entschieden, ob die Gefahr besteht, dass er wegen seiner Alkoholgewöhnung langfristig mal ein Kraftfahrzeug im betrunkenen Zustand führt. Und kann er das nicht nachweisen, dass das eben nicht passiert, dann verliert er auch seinen Führerschein. Was passiert, wenn genau dieser Radfahrer überhaupt gar keinen Führerschein hat? Das könnt ihr euch in diesem Video auch nochmal anschauen. Ja, was passiert, wenn jetzt eben ein betrunkener Fahrer einen Unfall baut? Der Geschädigte bekommt von der Kfz-Haftpflichtversicherung tatsächlich den Sach- und Personenschaden erstattet. Das ist ja auch richtig so, weil der hat sich das ja nicht rausgesucht, dass er in einen Unfall mit einem Besoffenen verwickelt wird. Aber die Versicherung kann sich von dem betrunkenen Fahrer dann, je nach Versicherungsbedingung, bis zu 5000 Euro wieder zurückholen. Und was den eigenen Schaden anbelangt, also wenn der Besoffene sein Auto gegen eine Leitplanke oder gegen einen Baum setzt, da ist es so, es geht um den Grad, um das Grad der Fahrlässigkeit und wenn wir also bei höheren Alkoholkonzentrationen sind, dann bleibt der komplett auf seinem Schaden sitzen. Was man überhaupt so trinken muss, um auf bestimmte Werte zu kommen, das erklärt euch jetzt gleich noch unser Verkehrspsychologe, der Uli Chiellino. Hallo zusammen, habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie viel zu viel ist, wenn es um das Thema Alkohol geht, beziehungsweise woran es liegt, dass der eine mehr verträgt als der andere? Nun, das sind letztlich drei Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Zum einen muss klar sein, Alkohol ist ein Giftstoff, der eine klare Dosis Wirkungsbeziehung hat. Das heißt, je mehr Alkohol ich trinke, umso mehr spüre ich von den Neben- oder eben auch Hauptwirkungen des Alkohols. Und wenn das klar ist, dann muss man verstehen, dass der Stoff Alkohol sich im Körper verlagert. Also, wenn ich mir vorstelle, in ein Gefäß tropfe ich Alkohol rein, das zwei Liter hat, und in ein Gefäß tropfe ich die gleiche Menge Alkohol rein, das nur ein Liter hat, dann ist der Alkohol in dem Gefäß mit den zwei Litern natürlich stärker verdünnt als in dem Gefäß mit einem Liter. Und so ist es mit unseren Körpern. Je schwerer, je größer ich bin, umso mehr Flüssigkeit habe ich im Körper. Und in jeder Zelle ist ja Flüssigkeit enthalten. Und deswegen können Personen, die mehr Volumen haben, auch mehr Alkohol vertragen, weil sich dieser Stoff mehr im Körper verteilen kann, um eben eine gleiche Wirkung zu empfinden, wie jemand, der weniger Volumen hat, aber eben auch dann weniger trinkt, um dann eben auch auf das gleiche Level, auf den gleichen Pegel zu kommen. Also, das ist das eine. Dosis Wirkungsprinzip und eben die Verteilung im Körper, je nach Körpergewicht. Das andere ist die Erfahrung, die man mit Alkohol hat. Also, wie tolerant bin ich zu dem Giftstoff? Was hat mein Körper schon gelernt, was den Abbau des Giftstoffes betrifft? Wenn ich schon viel getrunken habe, viel Trinkerfahrung habe, bin ich etwas robuster dagegen und kann schneller diesen Giftstoff abbauen als jemand, der noch unerfahren ist mit dem Giftstoffalkohol, der also nicht die Chance hat, in einer gewissen Zeit den Stoff auch wieder abzubauen. Das heißt, das Anfluten ist dann entsprechend schneller und auch etwas größer. Aber, und das ist der dritte Faktor, die Trinkgeschwindigkeit spielt da natürlich mit rein. Wenn sich jemand für die gleiche Menge Alkohol sehr viel Zeit lässt, dann hat der Körper eben auch die Chance, auch mit der jeweiligen Toleranz, den Alkohol wieder während des Trinkens, des Trinkvorgangs sozusagen, abzubauen als jemand, der in der gleichen, also nicht in der gleichen Zeit, aber die gleiche Menge in einer kleineren Zeit zu sich nimmt, dann flutet das Ganze natürlich schneller an. Die drei Faktoren sind die Trinkgeschwindigkeit, die Giftverträglichkeit und natürlich auch das Körpervolumen. Und jetzt ist aber nochmal ganz wichtig, fangt nicht an zu rechnen, wie viel vertrage ich denn, wenn ich so schwer bin oder so lange trinke, sondern es ist eben von sehr, sehr vielen Variablen beeinflusst, wie viel mein Pegel am Ende im Blut ist. Und deswegen ist der klare Rat, trinken und fahren trennen. Denn Alkohol wirkt vom ersten Schluck an. Und das Fatale für den Straßenverkehr ist, dass Alkohol eben auch die Wirkung hat, dass wir etwas sorgloser unterwegs sind, dass wir also Risiken nicht mehr so einschätzen können und eben mehr Risiken gehen, als es uns eigentlich lieb wäre, also die Enthemmung. Und zeitgleich wirkt der Alkohol so, dass die Muskeln ein wenig müder, ein wenig entspannter werden. Und das betrifft eben auch die Pupille als Augenmuskel sozusagen und erzeugt den Tunnelblick. Ich taste mein Umfeld nicht mehr ab, mein Blickfeld engt sich entsprechend ein und ich bekomme auch nicht mehr so viel vom Seitenraum mit, das sogenannte Stieren. Und diese, allein diese beiden Faktoren, die erhöhte Risikobereitschaft und die reduzierte Wahrnehmungsfähigkeit, sind natürlich Gift für den Straßenverkehr. Und deshalb nochmal ganz klar, trennt am besten fahren und trinken, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite.